Im Spiel des USV Koppel gegen den USV Pleinfeld zunächst einmal die in Rot und Schwarz spielenden Koppel am Ball. Es bleibt vorerst beim 0 zu 0 in dieser interessanten Begegnung. Jetzt wieder der USV Pleinfeld Schuss, scheitert zunächst und sicher gehalten, somit kein weiterer Treffer. Dann wieder die USV Pleinfeld Schuss. Kann sich durchsetzen und Tor! 1 zu 0. Wotzela Mura erzielt den ersten Treffer und bringt den USV Pleinfeld in Führung. Verdient kann man auf dieser Stelle wirklich sein. Und der USV Pleinfeld setzt nach. Schuss und Tor! Da ist das 2 zu 0. Amir Hatsic erzielte den weiteren Treffer und konnte somit auf 2 zu 0 erhören. Ganz klare Sache in dieser Begegnung. Doch es sollte mit Torerschießen weitergehen. Weit nach vorne. Haben wir sicher gehalten. Jetzt wieder ein weiterer Ausschlag. Schön überhoben. Und da ist das 3 zu 0. Herrlich gemacht. Durch Mürrl Suljanovic. Herrlich gemacht. Und diesmal wurde der Torhüter des USV Koppel überhoben. Somit war die Vorentscheidung gefallen. Doch auch ein 4 zu 0 war am Armer. Weiter war es für meine Begriffe zu weit heraus. Und Tor! Da ist das 4 zu 0. Sein an Kurrol war der weitere Treffer. Und dieses 4 zu 0 war auch der letzten Endes deutliche und auch, wie ich finde, verdiente Endstand in dieser Begegnung des Salzburger Stör. Und das war es für meine Begegnung des Salzburger Stör.